Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Create Arma 3. Mein Name ist Martin, schön, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast und wenn du dieses gesamte Projekt unterstützen willst, dann lass doch einen Daumen nach oben da und unterstütze mich dabei gegen den YouTube-Algorithmus. Und die, die das immer tun, ihr seid geile Säue. Und ich würde sagen, wir haben heute ein bisschen was vor und zwar habe ich mir einen Plan gemacht für diese Folge. Ich habe wieder einiges an Feedback bekommen, was man machen kann oder Ideen auch, dass das super viel ist, was man mit Skript machen kann und so weiter und so fort. Und heute würde ich gerne erstmal ein bisschen weniger auf, also, ja, auf Skripte eingeben, bzw. weniger Skripten. Ich möchte aber gleich erklären, was ich gerne tun möchte und zwar, was ist das Sinnvollste, was wir in den Sandbox-Ding brauchen? Und zwar, das wird unsere Hauptzentrale. Also hier, diese Insel soll unsere Hauptzentrale werden und ich finde, wir sollten natürlich damit auch, oh, eine Sandbox-Mode soll ja ein bisschen auch ein Upgrade-Mechanismus haben und so. Und ich bin mir sicher, es gibt sicherlich bessere Alternativen, ähm, die man machen kann. Aber ich würde gerne Freischaltungsmöglichkeiten machen. Und dazu werden wir erstmal dieses ganze Ding eigentlich, das ist wichtig, mit Markern versehen. Das bedeutet, wir nennen das mal Green, ist immer für die Freundlichen Bereiche. Ähm, Hotel, und dann kommt hier Briefing-Raum. Hier quasi, und dann würde ich gerne hier unten in ein Gebäude so eine kleine Waffenkammer auch reinmachen. Ja, ist die Frage, sind die Gebäude dafür geeignet, sind es nie. Ähm, aber ich würde das Ganze gerne empty lassen. Erstmal, und, ähm, das nennen wir Waffenkammer Marker. Waffen, wir schreiben alles klein. Marker, der Text bleibt weg. Hotel lassen wir drin. Warte mal, jetzt muss ich auch richtig anklicken, ne? Hotel Marker. Wir müssen das alles ein bisschen benennen, auch ist immer wichtig, dass wir das auch ansprechen können, wenn was ist. Und Briefing-Raum Marker. Und zwar möchte ich gerne, dass diese Waffenkammer, die werden wir jetzt schon ausstatten, aber das Ganze wird erst quasi nach und nach freigeschalten. Das heißt, wir platzieren das zwar, aber werden das erstmal verstecken. Oder die Tür sozusagen, ja, verhindern, dass die Tür da ist. Und dann können wir auch später tatsächlich die Tür dafür verwenden, so ein bisschen. Dass wir hier eine Tür reinsetzen, die wir dann später noch öffnen können. Dafür brauchen wir erstmal, was ist denn hier jetzt eigentlich ein Pillow oder ein Kissen? Die brauche ich nicht. Ein Table, Outdoor-Table. Den nehmen wir vielleicht jetzt nicht. Ihr habt doch eben den gehabt. Den finde ich zum Beispiel sehr gut. Dass wir hier so eine kleine Waffenkammer reinmachen. Da können wir dann auch einen NPC reinstellen, der dann noch mit zusätzlich steht. Das ist aber erstmal leer und wird quasi nach und nach freigeschalten. Und zwar würde ich gerne hier einen typischen Anzugträger reinmachen. Natürlich, das ist immer wichtig, ne? Den stellen wir auch dann dahinter. Oder ich weiß nicht, ob wir das Ganze mit einer Sache schon, mit einem Händler machen sollten. Zukünftig ein bisschen mit Geld arbeiten müssen. Dafür müsste ich mich aber mit dem System beschäftigen oder eins herausfinden, was man vielleicht gut integrieren kann tatsächlich. Weil ich glaube halt zum Sandbox-System ist halt die zusätzliche Motivation, das Ganze noch, ja, ich sag mal, ähm, ja, ne, dass man halt, ihr wisst schon, verstehst du? Ähm, na, warte mal, jetzt habe ich hier drei Sachen. Goggles, die brauchen wir weg. Sollen entfernt werden. Na, dass man einfach ein paar Freischaltungsmöglichkeiten hat. Ich finde das eigentlich ganz gut. Waffenkammer, Person nennen wir das. Waffenkammer, Objekt, 0, 1. Und dann machen wir nämlich folgendes. Und dann nehmen wir das nämlich so diesen Befehl jetzt rein. Das wird jetzt heute ein bisschen, ja, eintönig. Dis. Was nochmal? Dis, disable, I, all. Dass der sich gar nicht wegbewegt. So, dann machen wir das so. Und dasselbe machen wir hier. Wir machen erstmal, also sorry, jetzt habe ich kopiert. Das MyObject müssen wir natürlich zu dis machen. Ich habe es gerade aus dem Wiki kopiert, wollte es nicht abschreiben, ich war faul. Dis, das heißt, diese Objekte sollten erstmal nicht da sein. Und das Gute ist, wir testen mal kurz was. Hier ist es, unsere Leute. Hier ist er. Wir sollten eigentlich auch keine Hitbox haben. Also wenn wir da jetzt reingehen, sollten wir keine Hitbox haben. Ich habe wieder meine Musik am Laufen. Bitte wundert euch nicht, dass ihr keinen Sound habt. Ihr wisst, ich brauche beim Editor immer Musik. Und es passiert hier eh gerade nicht so viel mit Sound. Und wir brauchen nichts, wo wir gerade mit Sound spielen. Deswegen können wir das ganz gut machen, auf jeden Fall, denke ich. Und zwar, wenn wir hingehen. Ja, es lädt kurz ein bisschen. Alter, mein Arm war es heute richtig schnell. Ich habe gerade richtig Legs. Was ist da los? Danke, jetzt geht es. Hier ist aber nämlich auch keine Hitbox. Seht ihr das? Wir können hier langlaufen ohne Probleme. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage... Oh, was habe ich denn gesagt? Waffenkammer Person. Hide Object Global False. Dann müsste der entscheiden. Wenn der Name ist. Aber den habe ich nicht immer gemacht, ne? Waffenkammer Unterstrich Person. Wie habe ich das gesagt? Oh. Oder warte mal. Waffenkammer. Objekt. 01. Jetzt können wir die nämlich aufmachen. Seht ihr? Dann können wir die verstecken. Dann gibt es auch hier eine Hitbox und so weiter und so fort. Damit können wir, glaube ich, ganz gut arbeiten. Und können so den Raum quasi mit bestimmten Zielen machen. Weiter und weiter erweitern. Da könnten wir zum Beispiel auch Fahrzeuge freischalten, die dann sind. Oder Helikopter freischalten. Je nachdem, was man will. Am Anfang könnte man sagen, okay, es gibt halt nur ein Boot als Beispiel, was man hier unten hat. Dann kann man irgendwann den Helikopter freischalten und, und, und. Und so kann man quasi das Ganze so ein bisschen in einem Progress schaffen. Weil das Ding ist, wenn wir den Zendbox-Modus haben, die haben gesagt, das soll so ein Zendbox-Ding. Also das Zendbox. Es soll schon ein bisschen Open-World-mäßiger sein. Dann ist natürlich tatsächlich auch wichtig, dass, ja, dass halt einfach auch Objekte, also es Sinn gibt, warum ich was machen sollte. Wisst ihr, was ich meine? Ja, und dann könnte man nämlich zum Beispiel sagen, hier, ähm, wie ist denn das hier? Ähm, Tresor. Ne, warte mal, das ist ja nicht. Spind. Haben wir die nicht oben gehabt? Wie heißen die denn? Haben wir oben nicht Spinde verbaut gehabt? Ja, ne? Habe ich nicht gesagt, dass ich sie so toll finde? Hä? Ich habe in der einen Folge doch gesagt, dass ich einen Spind gefunden habe, oder? Und den fand ich doch so cool mit dem Spind, ne? Wir haben ja gesagt, wir machen es jetzt als Single-Player-Szenario, das heißt, wir haben aber auch ein bisschen mehr Möglichkeiten. Ähm. Es sind halt so Ideen, die ich habe. Ihr wisst mir, den Ideen ist bei mir immer so eine Sache, wie wir es dann am Ende, und ob das Ding hier fertig wird, wird man sehen. Ansonsten ist das halt einfach so ein bisschen, wir schauen mal, was rauskommt, ne? Dabei so sagen. Aber heißt das Spind? Ich glaube, es heißt doch Spind. Ne, Ken Spirid, Spinner, Tresor. Ähm. Furniture gebe ich mal ein, weil da ist es, glaube ich, drin. Furniture, und da müssen wir, glaube ich, doch... Stuhl? Ne, 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 ne. Das nicht. Workbench. Ein Bett, ja, ist auch eine Möglichkeit. Da können wir auch so Respawn-Punkte dann festsetzen, die freigeschalten werden können. Man kann so viel machen, Leute, ne? Man kann einfach so viel machen. Counter. Ne, Shelves, nein. Aber eines würde ich gerne testen gleich. Wir müssen mal schauen. Hm. Ne, ist er nicht drin. Wo ist denn der Spind drin? Was hat denn der für einen Name? Das ist eine gute Frage. Bad Old? Bin ich wahrscheinlich schon daneben gegangen? Workbench? Ne, 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 ne. Ja, scheine ich doch nicht so richtig zu finden, wie ich wollte. Aber der Tisch ist, glaube ich, sogar besser, oder? Für sowas. Arbeiten wir damit? Aber wir müssen ja PDP auch nutzen, wenn wir das schon reinbauen, ne? Da müssen wir es auch ein bisschen nutzen, tatsächlich. Ne, okay, ich finde es nicht. Okay. Aber was wir machen können, ist ja... Ah, Metal Locker. Ah, Metal Locker. Ja, okay. Vergesst das. Ah, da haben wir es doch gefunden. Seht ihr? Dann können wir das nämlich so ein bisschen machen. Und wir werden dann trotzdem die Simulation deaktivieren. Das machen wir schon. Dä, 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 dä. Wenn ich mit so mal liege, das ist da, weil Musik läuft. Sorry dafür. Und die finde ich zum Beispiel ganz cool. Die kannst du halt nutzen zur Deko. Da kommt gar nichts rein. Aber wir können dann, dass der Raum nach und nach dekoriert wird. Das finde ich zum Beispiel wichtig. Das ist nochmal Objekt 2. Alles ist wichtig, Variablen Namen zu vergeben. Das ist natürlich wichtig. Drei. Vier. Fünf. Da haben wir das drin. Das heißt, das müssen wir natürlich auch halten, dass das leer ist sozusagen, wenn wir spawnen. Und das können wir nach und nach freischalten. Da können wir zum Beispiel sagen, hier. Geben wir mal Ammo Box ein. Ich will was testen, Leute. Ob das so funktioniert, wie ich will. Äh. Ne, das ist nicht. Das ist Quatsch. Wiegel Ammo. Basic NATO ist, glaube ich, sinnvoll, weil du es immer relativ gut kannst. Das wird auch leer sein. Das nennen wir jetzt, äh, 6 wäre das, glaube ich, ne? Kiste 01 nennen wir das mal. Da haben wir es ein bisschen aufgeteilt, Waffenkammer. Variabler Namen sind schon wichtig, tatsächlich. Jetzt simulieren wir hier das Ganze, verbieten die Simulation. Von der dürfen wir es nicht simulieren, verbieten, wenn wir da was reinfüllen wollen. Ich möchte euch gerade was zeigen, was ich probieren möchte. Oh. Jetzt habe ich genau das nicht simuliert, was ich nicht simuliere. Also. Doch, die ist doch simuliert. Hä? Ah, nee. Okay, das Ding ist da. Okay, passt. Alles gut, passt. Läuft gut. Wackelt in der Luft, tatsächlich. Ähm. Und dann können wir hier. Das will ich jetzt was testen, bevor wir hier weitermachen. Weil, wenn das Symbol schon da ist, dass man die Kiste dort befüllen kann oder was nehmen kann, ist das natürlich blöd. Aber wir brauchen halt eine Möglichkeit. Und die Kiste könnte auch nach und nach freischalten. Aber man kann zum Beispiel sagen, okay, hier sehen wir zum Beispiel, da ist nichts drin. Das passt. Also ganz gut. Und wenn ich jetzt sage, okay, Waffenkammer, Kiste 01. Haben wir die hier drin. Und dann sehen wir auch, hier können wir was rausnehmen. Das ist, glaube ich, ganz cool. Und das Gute ist, wir können dann auch durch irgendwelche Ziele die Kiste immer wieder befüllen. Zum Beispiel, keine Ahnung, es wurde Munition gefunden in deiner Lager, wurden Magazine abgelegt oder so. Und so kannst du quasi so ein Progress schaffen. Dann müssen wir nicht mal mit einem Shop-System arbeiten, sondern man kann sich einfach Dinge erarbeiten. Ja, liebe Community. Geil. Also, ähm. Ja, das war doch gut, ne? So startet Arma doch gleich. Ja, dann würde ich sagen. War eine schöne Folge, ne? Warum ist denn jetzt Arma? Habe ich jetzt be- Hä? Habe ich das jetzt beendet? Das wollte ich mit Absicht. Aber in der Zeit können wir schon was machen. Wir nutzen einfach die Zeit. Ihr wisst ja, ich bin immer jemand, der sagt, ähm, ich bin Freund davon. Und dafür suche ich mir erstmal kurz eine Seite raus. Und dann nutzen wir halt das Ding, ne? Und dann nennen wir, wie nennen wir das denn eigentlich? Wir brauchen einen Namen, Leute, ne? Während das lädt. Was brauchen wir denn für einen Namen? Onload Mission nennen wir einfach, ähm, Secret Fox. Also können wir doch mal ändern. Geheimer Fuchs, das geht immer. Ähm, Onload Intro kann man zum sagen. Dies ist eine Sandbox-Mission von der Karma Optrix-Community. Das müssen wir nochmal anpassen. Natürlich. Ähm, Onload Time Mission brauchen wir jetzt nicht. Suchen wir gerade so ein paar in der Description halt, was sinnvoll ist. Onbriefing Raum Group Respawn 0. Das werden wir gleich mal machen. Ähm, 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 wir brauchen Respawn Side. Das müsste die 5 sein. Ne, Base. Machen wir die 3. Oder machen wir Instant Respawn, Nose Respawn, Base Group. Ich glaube, wir machen also die 3 wäre für Base. Das heißt, das Respawn West und sowas. Ähm, Respawn ist gleich West. Weil wir spielen ja West-Einheiten hier in dem Fall. Also von A mal gesehen. Respawn Button 0. Disabled. Machen wir Respawn Delay. Das heißt, wie lange man eine Respawn hat. Machen wir mal 10. Singleplayer. Kann man nicht irgendwie... Warte mal. Ein bisschen Parameter zum Singleplayer. Aber ich glaube, Singleplayer im Respawn, da musst du was extra machen, ne? Da muss ich mich nochmal befassen, weil das ist ein bisschen was. Da musst du ein bisschen was prüfen. Ja, war gut, dass wir das gemacht haben, würde ich sagen. Das ist halt armer. Das stürzt halt auch einfach mal ab, ne? Alter, wenn das jetzt nicht gespeichert hat, dann raste ich hier aber aus, ne? Dann raste ich jetzt hier mal aus. Dann fangen wir nochmal neu an. Das wäre irgendwie sehr lustig. Und ein bisschen traurig irgendwie. Ich würde ein bisschen weinen. Aber nur ein bisschen. Das ist noch ein bisschen mit Leerzeilen und sowas. Wir können das ja alles mal... Wenn man abstürzt, dann muss man halt einfach auch mal das Ganze nutzen, ne? Sag ich mal. Finde ich schon wichtig. Wenn man jetzt die ganze Zeit wartet oder so, ne? Glaube ich halt schon, dass das sinnvoll ist. So. Aber es ist sehr laut, Alter. Ich habe Angst, dass ihr noch ein bisschen hört, wenn ich rede, tatsächlich was höre. Aber ich habe schon das auf Null. Dann mache ich das so. So. Dann gehen wir wieder auf die Sendbox. Wann ist das letzte Mal gespeichert? Am 23.01. um 17.00 Uhr 3.16. Das ist okay. Gut, dass ich oftmals einfach STRG und S drücke, ne? Das hilft schon manchmal. Respawn Mass Line 4. Member Already Definite. Aha. 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 Oh. Ja. Da fehlt der Semikolon. Es gibt einfach Dinge, die merkt man dann direkt. Das kann man jetzt mal rausnehmen. Jetzt die Kiste. Und das war halt so meine Idee, dass wir damit einfach so ein bisschen ein Progress schaffen. Und ich glaube tatsächlich, das wäre ich gar keine schlechte Idee. Was sagt ihr, Leute? Was haltet ihr von der Idee? Weil in irgendeinem Progress müssen wir es schaffen. Sonst gibt es ja gar keinen Anreiz, da was freizuschalten im Sendbox. Also finde ich halt. Also wir werden hier auf jeden Fall, wie gesagt, auch mit Deko arbeiten und so weiter und so fort. Wir arbeiten mit PLP. Wie gesagt, wird wahrscheinlich keiner spielen, weil das Modset einfach zu groß ist. Aber wir haben halt ein bisschen. Also ich nutze halt. Für mich ist es einfach, wenn ich dann wieder mit vier Modsets arbeite. Für mich, ich nutze halt einfach das Community Modset. Und wenn die Mission Ding ist, gibt es einen Armadreising. Kann man so machen, muss man nicht machen. Vielleicht gibt es dann auch, wenn es einmal fertig ist, einfach einen Drive-Link, wo man sich alles runterladen kann mit Excel oder mit einem Startup-Parameter. Wenn das so ist. Aber da muss man halt mögen. Es sind halt 40 GB, ne? Ist halt dann so, ne? Dafür haben wir ein bisschen Vielfalt drin. Mal gucken, ob das wirklich so klappt. Aber wie gesagt, vielleicht wird das... Also ich rede hier schon, als ob das fertig wird. Sind wir mal ganz ehrlich, Leute. Und dann können wir hier nämlich sagen, Dokumente, Intel, ne, Office, File, Dokumente. Das können wir nämlich auch halten. Und da können wir dann sowas reinmachen wie, keine Ahnung, Waffenkammer, Dokumente. So eine Bestandslistenaufnahme oder sowas kannst du ja auch machen. Dokumente 01. Das können wir dann immer wieder erweitern mit quasi dem Befehl, wenn dann was freischaltet, dass das auch irgendwie reingefügt wird oder sowas. Oder einfach nur eine Info, was man so tolles machen kann. Oder mit Tipps und Tricks vielleicht mit uns fällt schon was ein, was man dann machen kann. Aber dann müssen wir hier den Raum natürlich auch machen, ne? Aber wir könnten hier noch ein Tisch hinstellen. Und da könnte man zum Beispiel sagen, Weapons. Ne. Aber da könnte man zum Beispiel auch, ähm... No Weapons so laut, das ist immer eine gute Idee. Das können wir machen. Vielleicht, Leute, wir können hier Deko machen. Aber ne, das wird dann, glaube ich, zu viel. Ähm. Aber die Frage ist denn, wenn du das nicht optisch machst, wobei... Ah, warte mal. Wir können doch aber so machen. Warte mal. Basic Weapons NATO. Dann können wir doch einfach hier die Kiste da drunter machen. Und da könnten dann Kisten reinkommen. Die wir dann reinmachen. Und auch hier machen wir wieder Waffenkammer Kiste 01. Waffenkammer Kiste 02. Und dann machen wir einfach hier... Die müssen ja nicht alles begehen können eigentlich, ne? Grenzen wir so ein bisschen ab. Wie gesagt, wir müssen überlegen, wir haben Arma hier immer noch. Kommt man denn noch rum? Ich hab Angst, du wieder abstürzt. Aber wird knapp, ne? Wird ein bisschen knapp, glaube ich, meine Freunde. Wir können aber ihn ein bisschen hintersetzen, weil der muss sich eh nicht bewegen. Der ist doch leider ein bisschen eingekesselt, ne? Der ist doch leider ein bisschen eingekesselt. Dann kommen wir hier aber durch. Dann können wir sich doch hinten bewegen. Und dann nehmen wir hier das Ganze noch so. So, das so rein. Wer sieht, dass das in die Wand geht, der hat das gut gesehen. Das sieht man aber nicht von hinten tatsächlich. Also, so ein bisschen so. So. Durch gucken tut sie nicht. Nein, passt. Das haben wir gemacht. Waffenkorbobjekt. Ach Gott, was hab ich denn hier? Waffenkorbobjekt 01. 05 war das jetzt. Das heißt, das wäre ja die 06, ne? 07. 08. 09. 10. Ich wollte gerade sagen 010. Das wäre ein bisschen krass. 11. Müssen sich aufpassen, dass wir alles richtig machen. 12. Und die 13. So, das haben wir hier gemacht. Ähm. Und dann können wir nochmal Furniture eingeben. Ja, so eine Bank davor stellen oder so. Ach, da haben wir sogar schon eine tatsächlich. Da könnten wir aber tatsächlich ein, ähm, na. Können wir gleich mal ein Schild oder so hinstellen. Muss ja keiner hinsitzen, ne? Wir könnten auch ihn attachen einfach, ne? Können wir auch wieder mitarbeiten. Jetzt die Frage, klappt das dort halt genauso gut wie hier, ne? Hier haben wir es relativ gut hinbekommen. Weil ich glaube, mit denen haben wir doch, haben wir den jetzt, ne? Wir haben es ja mal ein bisschen gemacht. Naval Simulation Falls. Aber wir sind simulatet. Ich weiß es gerade gar nicht. Wir haben uns ein paar Dinge gemacht. Müssen wir später auch nochmal gucken. So, jetzt aber es mal nicht interessieren. Wir stellen das mal daneben einfach. Das ist ja kein Ding. Dann kommt hier noch ein Teppich rein. Das ist ja mal, oh Gott. Ja, das ist natürlich der Nachteil, wenn das hier so ein bisschen, ja. Ihr seht, uneben ist ja mir so diese ganzen Dinger. Das ist natürlich ein bisschen blöd, ne? Da kann man nicht. Aber wir machen immer das Beste draus. Aber eine Werkbank kann man eigentlich auch ganz gut hinstellen. Die Werkkammer kann man das eigentlich ganz gut machen. Wir können dann auch eigentlich mit einer If-Anfrage achten. Und so ein minimal, also ich, ich versuche das so leicht wie möglich zu gestalten. Das klingt jetzt voll blöd, weil ihr ja gerade sagt, Alter, du hast schon so viele Ideen. Die habe ich auch. Ich habe immer viele Ideen. Und am Ende mal gucken, was dabei rumkommt. Aber wir können, ich muss was trinken. Professionell, aber ich hatte echt Durst. Wir könnten halt tatsächlich so ein minimales Crafting-System aufhalten, wo du sagst, okay, du findest jetzt, keine Ahnung, gestimmte Sachen, die du ins Inventar mitnehmen kannst. Und dann so eine Abfrage, wenn du so und so viele Sachen freigeschalten hast, kannst du dir irgendwie was craften oder so. Ideen habe ich viele, wie gesagt. Amo, dann brauche ich auf jeden Fall noch Basic Amo 9. Virtuelles Arsenal 9. Oh, das können wir doch nehmen, ne? Also nicht das virtuelle Arsenal. Explosive aber auf jeden Fall. Die können wir nochmal reinmachen. Die würde ich auch so machen, weil ich glaube, das ist auf jeden Fall sinnvoll. Wir haben auch Munition und Explosive. Und wir brauchen aber eigentlich noch ähm das 0,3 Und weil ich faul bin, ihr wisst, Copy-Paste ist dein bester Freund. Ist er nicht, aber ihr wisst, was ich meine. So, das müssen wir auch verstecken, natürlich. So, und warte, was ist denn jemand da für ein Objekt? Das wäre dann die 13, 14. 14 wäre das tatsächlich. Und dann brauchen wir natürlich noch Cranets. Würde ich bei Explosive mit reinmachen, oder? Oder sortieren wir? Ne, wir sortieren das schon richtig, oder? Cranets. Die machen wir natürlich auch da rein, ne? Ne, das ist Quatsch. Kiste 04 ist das dann. Und damit ihr nicht sagt, ich tippe immer, ich Copy-Paste nur, Hide, Object, Global, Disp. Zack. Oh, das ist die 4, ne? Da wolltest du schon wieder kopieren. Das ist natürlich richtig. Launchers. Brauchen wir Launchers? Obwohl, da können wir gut gestalten, glaube ich. Das ist, glaube ich, sinnvoll. Weil die können wir auch da draufstellen, zum Beispiel. Auf dem Holzdurchberg kennst du nicht. Hide, Object, Global, Disp. 0,5 wäre das, ne? Das ist die 4, dann ist das die 0,5. Und dann können wir nämlich nochmal Special Weapons. Das würde ich jetzt rauslassen. Aber Supply-Box würde ich noch machen. Ich glaube, dann hätten wir das Wichtigste, glaube ich, schon drin, oder? Was sagt ihr? Support-Box, sorry, die suche ich, Nato. Die suche ich tatsächlich. Und die können wir so ein bisschen schräg stellen. Passt das gut hin? Ja. Das ist sehr gut. Das passt hin. 0,5. Das habe ich schon, wollte ich gerade sagen. Das heißt, wir haben 6 Kisten, die wir freischalten könnten, ne? Und das ist, glaube ich, in Ordnung. Da könnte man dann nämlich hin und her so ein bisschen sortieren, weißt du? Launcher. Ich gebe einfach mal Launcher, sonst muss ich da immer gucken. Explosive ein. Ich glaube, dann Grenades. Ähm, Support. Ich glaube, das ist sinnvoller und nachvollziehbarer für... Also, ich kann halt schneller Ideen finden, ne? Weapons heiße ich, glaube ich, jetzt, ne? Und Ammo schreibe ich mal. Ne, wir machen Ammo nicht. Ich glaube, ist richtig geschrieben, ne? Ammo. Ne. Den nennen es nur Ammo, habe ich gerade entschieden. So. Da braucht man auch kein... Das braucht man nicht. Hide Object Global ist. Das heißt, wenn ich jetzt hier speichere... Wir testen gleich nochmal, weil dann ist es nicht so schlimm, wenn ich... Übrigens, manchmal speichere ich hier noch drin, weil dann wird es nämlich noch im anderen Ordner abgelegt. Habe ich, glaube ich, schon mehrfach erklärt, aber ich finde es immer noch wichtig. Da müssen wir die Kisten natürlich auch leeren. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Die ist safe nicht leer. Wusste ich doch. Weil hier können wir wie bei der anderen Kiste auch mit Befehlen arbeiten. Du kriegst am Anfang so eine kleine Ausstattung, aber den Rest musst du halt freischalten nach und nach per Mission. Dass wir so, wenn du einen bestimmten Bereich betrittst, ist meine Idee, dass du vielleicht Missionen freischaltest oder zu NPCs gehen kannst. Dass man zum Beispiel einfach wie so einen Briefingheld oder sowas dann noch gesagt bekommt. Und dann wird so eine Message abgespielt. Du bekommst... Du kriegst per Funkgerät. Wir haben dir einige Nachrichten auf den Tablet gestellt, die du gerne machen kannst. Und dann kann man immer noch sagen, okay, die Ziele könnten wir mit Variablen versehen. Das wäre, glaube ich, gar nicht schwierig, die wir addieren. Das klingt jetzt immer voll kryptisch, ist aber gar nicht so schwierig. Und wenn eine bestimmte Anzahl von Zielen erreicht wird, werden weitere Ziele freigeschalten und so. Das war... Das ist so meine Idee. Das klingt in der Theorie hoffentlich ganz gut. Oh, nee. Wir haben noch gar nicht. Oh. Uff, Alter. Okay, Bruder. Übertreib halt ganz. Ähm. Obwohl, brauchen wir Uniform? Geht hier was rein? Nee, ne? Oder? Ist ein Spind befüllbar? Nee, das ist... Sonst suchst du ja dumm und dämlich. Also, ja, geht, glaube ich, denke ich, aber... Alter, wie groß einfach dieses Ding ist. Wenn ich jetzt hier die NATO nehme, mal... Uniform... Ah, da haben wir Uniforms. Ich wiederhole, wie groß die sind. Aber die können wir draufstellen. Die haben wir nämlich auch noch nicht. Dann gibt es nämlich wieder noch die... Alter, wie groß. Ja, wir haben dir ja mal was zusammengestellt. Das kannst du ja mal nutzen. Aber was sagt ihr dazu? Ähm. Uniform. Dann tue ich aber auch Westen und sowas rein. Ist ja egal. Dann kann ja theoretisch dann alles rein. Also, ich denke auf jeden Fall, das ist gar keine schlechte Idee mit dem Progress, oder? So ein bisschen hat man das dann drin und so. Ich finde, das ist auf jeden Fall, glaube ich, eine gute Möglichkeit, um so ein bisschen zusätzliche Sachen zu generieren. Habe ich das jetzt geleert? Wahrscheinlich nicht, ne? Ne, habe ich natürlich nicht. Immer daran zu denken, Leute. Lehren. Lehren der Dinge ist immer wichtig. Und was ich immer gerne mache, tatsächlich, wenn ich Mission baue, ich teste zwischendurch nochmal, ob ich wirklich immer alles rausgemacht habe. Auch wenn ich das schon zwei, drei Mal gemacht habe. Hier, den habe ich abgeschlossen, zum Beispiel. Ich mache manchmal noch so Stichprobenarten, dann sehe ich meistens noch einen Fehler, wo ich sage, okay, den habe ich vergessen zu machen. Ähm, das kommt schon vor. Tatsächlich. Habe ich zum Beispiel die Simulation nicht deaktiviert? Seht ihr das? Das sind so Sachen. Das sind alles so Sachen, die muss man einfach... Hier habe ich zum Beispiel die Simulation deaktiviert. Hier wieder nicht. Die du immer nach und nach berichtigst einfach. Und die halt auch super zeitaufwendig ist. Heute ist übrigens da mal eine relativ simple Folge. Wir müssen ja auch nicht immer übertreiben, ne? Sag ich immer. Würde ich mal behaupten. Aber was ich gerne machen würde, ist auf jeden Fall, ähm, Shield? Nee, wer lässt dich shield? Ach so. Ähm, wie heißt denn das? Hm, Plank gebe ich mal ein, weil dann ist meistens Sein. Sein wäre es gewesen, das suchte ich. Sein, 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 Sein. Blankets, Blankets, Blankets. Billboard, Sein. Gib mal Sein ein. IDAP, da kannst du was draufsetzen. IBP, IDAP sah ich schon. Speed Limit, 80. Ja, okay, Sein. Ja, 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 ja. PLP. Da aber dieser, genau. Und da könnte man zum Beispiel sagen, wir könnten hier auch... Wann, was ist denn hier das so? Ach so, da kannst du so ein bisschen so machen. Ähm. Und da können wir zum Beispiel, ähm... Ist egal, was wir nehmen, das können wir nämlich dann eh überschreiben. Also ist egal, wir nehmen das einfach hier. Oh Gott, ist das groß, ne? Das passt halt nicht so richtig rein. Was wir natürlich aber machen könnten... Jetzt trinken wir. Jetzt kommt Trick 17, Leute. Darunter. Seht ihr das? Und dann können wir hier die Simulation deaktiviert. Und jetzt haben wir hier nämlich das Ding drin. Das sollte dann auch in der Erde stecken. Die Textur nehmen wir erstmal weg. Die ist nämlich jetzt leer. Und dann haben wir nämlich hier... Ja, ich konnte es bedenken. So ist, glaube ich, ganz gut. Aber ich muss noch ein bisschen nach rechts schieben, glaube ich, hier. Für der Eingang frei ist, mag ich persönlich mehr. Dann haben wir das nämlich auch drin. Und ich sehe übrigens, dass hier was nicht mit Simulation versehen ist. Hier brauchen wir auch nicht. Die brauchen auch keine Simulation. Auch wenn wir die später lesen können. Muss nicht sein. Brauchen keine Simulation. Sind nicht so relevant. Habe ich das versteckt jetzt? Ja. Das können wir aber da stehen lassen schon. Das müssen wir gar nicht verstecken, das Schild. Sondern da können wir sagen, da können wir uns auch ein schönes Design einfach lassen. Für Waffenkammer oder sowas. Und wenn du dann reingehst, kannst du dich halt schon ein bisschen umgucken. Hier können wir, keine Ahnung, so ein kleines Medic-Ding reinbauen oder so. Oder wir haben aber nichts geeignetes für Medics, ne? Ja, da unten wieder oder so. Hierin können wir zum Beispiel ein kleines Hospital rein. So eine kleine Praxis reinmachen. Für die Medizinzeug. Hier, das wäre sogar eine Möglichkeit. Dass wir vor allem diese Insel, finde ich, wenn du dich hier öfter aufhältst, sollten wir, glaube ich, schon das Ganze ein bisschen gestalten. Zumindest so gut es geht, ohne es hart zu übertreiben. Ihr wisst, wie es läuft, ne? Wenn du es zu hart übertreibst, ist das auch blöd. Hier konntest du nicht rein, ne? Nee, ging nicht. Das heißt, wir könnten uns überlegen, dass wir hier unten zum Beispiel eine Praxis reinmachen. So ein bisschen, wo du, keine Ahnung, dich vielleicht gegen... Dann immer wieder beim Thema Geld auch heilen könntest oder sowas, ne? Vollendlich heilen könntest. Oder auch kostenlos dich behandeln lassen könntest. Wenn du zum Beispiel verletzt bist und irgendwie zurück kannst. Man kann schon viel machen. Aber ich denke, da glaube ich zu krass. Das tue ich definitiv. Aber Ziele sind ja erstmal gut, ne? Ob wir uns das dann einhalten, sei dahinter gezahlt, ne? Fleck. Was haben wir denn hier für Flecks da? Gibt's hier für... Eigentlich für... Gehen wir's gucken. So ne Fleck oder sowas? Aber wenn ich jetzt die Summonation deaktiviere, dann fliegt das doch rum, oder? Ja, dann bewegt sich ja nicht. Ja, Quatsch, ne? Also nicht mal das. Wir könnten auch einfach irgendeine andere Flacke nehmen. Das war so meine Idee. Gibt's ne Fleck für Tanur? Ne, ne? Altes. Arme in blue. Das könnte man tatsächlich so ein bisschen hinstellen, oder? So. Da verbieten wir das Damage. Tatsächlich, Enable Simulation lassen wir drin. Aber wir sagen, Damage deaktivieren. Und da haben wir das drin, ne? Ich glaube ich auf jeden Fall. Eine gute Idee. Ich überlege mal, wie viele Stunden wir schon sitzen. Und dabei hast du noch nicht mal was Spielerisches hier richtig drin, ne? Also gut, doch schon. Wir haben zwei, drei Tasks verbaut. Aber so viele ist es jetzt auch noch nicht, ja? Aber da fehlt auf jeden Fall noch was, ne? Da müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen was machen. Ja, das machen wir. Was haben wir denn die Idee? Was haben wir hier für eine Fleck Ranch? Was ist denn da drauf? Ist da irgendwas? Das ist halt einfach nur mit verschiedenen Logos, ne? Purple. Ach, das sind einfach nur Fleck. Die Cup. Ja, die nehmen wir. Die ist gut. Wir könnten doch einfach sagen, Ja, aber das macht ja Sinn. Wenn wir es freischalten, macht es dann nicht Sinn, dass wir gar nicht NATO-Mitglieder, sondern Private Militär spielen. Dass das so eine Insel von Ion ist, das könnten wir doch machen, oder? Was sagt ihr, Leute? Was seid ihr von der Idee? Die sind halt hier mit Sponsors, das ist ja vollkommen okay. Das wäre doch eine Möglichkeit, oder? Was sagt ihr so? Das wäre so meine Idee jetzt, dass man einfach sagen könnte, okay, wir spielen einfach ne Privatmilitär, also dass das quasi ist, die da irgendwo engagiert wurde, Agent oder sowas, der sich da einschleust, vielleicht auch irgendwas aufklären soll. Man kann so viel machen, Leute. Man kann einfach so, ach ja, das ist doch, ne, LDF ist für Livonia, ne? Gewesen, stimmt. Ne, LDF ist für Livonia? Das ist doch noch extra. E-A-F. E-A-F. Aber LDF ist ja auch für Livonia gewesen, ne? Ja, ich glaube, beides Livonia. Ich war mir gerade unsicher. Tanoa gibt es aber, glaube ich, nix, ne? Black White? Ne. Gucken wir mal nicht. Egal, aber ist ja schon mal nicht schlecht, dass wir... Was ist denn das für den? Ach, da sind diese... Ah, das ist vom... Ah, okay. Da kannst du auch so Tatort und sowas abstecken. Da kannst du, glaube ich, ganz gute Sachen mitmachen. Das sind, glaube ich, auf jeden Fall coole Sachen. Ja, liebe Community, aber tatsächlich, meine Freunde, soll es das für heute gewesen sein? Heute mal eine halbe Stunde Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Die Folge soll diese Woche noch kommen. Ähm, ja. Ich bedanke mich wie immer ganz herzlich bei euch für deine Aufmerksamkeit, für eure Aufmerksamkeit. Lasst den Video einen Daumen nach oben, da, wenn ihr Bock habt. Und ansonsten sehen wir uns zum nächsten Video. Bis dahin, denkt daran, ihr seid die Besten, keine anderen. Euer Martin. Macht es gut. Bis bald. Ciao. Bis bald. 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 Bis zum nächsten Mal.